Haben die Bullen das Handtuch bereits geworfen? Ein bisschen sieht es danach aus. Gestern hatten wir beim S&P 500 eine Idee hier mal eingezeichnet, eine Skizze, wie das durchaus aussehen könnte. Gehen wir in der Zeit ein bisschen zurück. So in etwa sah das gestern aus. Ich weiß nicht ganz genau, vielleicht noch eine Kerze weg oder zwei. So in der Art, wo wir uns überlegt haben, naja, wenn jetzt der Kurs hier wackelig hochkommt, dann hätten wir sogar noch eine Chance, dass wir einen neuen Short hier nochmal aufmachen. Denn das wäre ein klassisches Bildschub. In die eine wackelig, in die andere Richtung. Natürlich ist das nicht sicher, dass das passiert. Der Kurs hätte ja auch steil nach oben gehen können. Dann hätte man sich das Ganze mit dem Short gespart. Jetzt gucken wir uns aber mal an, was ist tatsächlich passiert. Der Kurs hat es ja nicht mal mehr geschafft, in diese Kiste reinzulaufen. Das heißt, die Marktteilnehmer waren nicht mehr mutig genug zu sagen, na gut, jetzt gehen wir mal in diese Kiste da rein, um einen Dreh, um eine, naja, vielleicht einen Bullenstart zu versuchen, der dann vielleicht kontergeriert wird von den ganzen Verkäufern. Aber nicht mal das hat geklappt. Na gut, wollen wir das nicht überbewerten. Insgesamt muss man aber sagen, dass der Markt aktuell nun alles andere als Stärke zeigt. Da erzähle ich euch nichts Neues. Es ist durchaus realistisch, dass dieses Bild, was wir hier im Großen, das ist ja jetzt keine neue Skizze. Die haben wir ja schon seit Tag und Jahr drin. Hätte ich fast gesagt, seit Jahren noch nicht, aber seit einigen Wochen ist das eine, oder vielen Tagen ist das zumindest mal, naja doch, einigen Wochen, kann man schon inzwischen sagen, ist das eine Skizze, die durchaus ein recht realistisches Bild, ein mögliches Bild zeichnet, wie der Markt sich als nächstes bewegt. Und die Marktteilnehmer scheinen auch gar nicht irgendwie sich dagegen auflehnen zu wollen, sondern zeigen nichts anderes als Schwäche aktuell. Also abwärts gerichtete Märkte. Es sieht weiterhin so aus. Die Marke von 4.300, 4.250, irgendwie so dazwischen. Die grüne Marke, wer es nicht lesen kann, 4.265. Die grüne Marke, was ist das für eine Marke? Die repräsentiert im Prinzip diese Korrekturgröße, die wir da vorne haben. Also die muss jetzt nicht millimetergenau angesteuert werden. Es geht nur darum, naja, wenn hier vorne so eine Korrekturgröße war und hier hinten eine adäquate kommt, wissen wir nicht, aber wenn eine adäquate kommt, dann in dieser Größenordnung. Aktuell machen die Marktteilnehmer aber so ziemlich alles, was dafür spricht, dass das auch tatsächlich passiert und das auch noch in einem Umfeld, wo ja sowieso September, Oktober für starke Marktbewegungen, gerade auch nach unten eben sprechen. Also es passt eigentlich alles zusammen und irgendwie scheint niemand so richtig den Mut zu haben, sondern es sieht nach Aufgabe aus. Zumindest mal vorläufig, wenn man sich die Bewegung anguckt. Kann man irgendwas Positives aktuell erkennen? Ja, dass man hier immer wieder Short-Signale bekommt, ist ja zumindest mal eine Möglichkeit, hier der Situation entgegenzukommen, auch wenn die sehr klein ausfallen hier im 5-Minuten-Chart, aber wann immer ihr zumindest wackelige Aufwärtsbewegungen seht, irgendwie sowas Korrektives, ist zumindest mit einer Fortsetzung nach unten durchaus nochmal zu rechnen. Achtet ein bisschen drauf. Klar, wenn ihr jetzt mal eine steile Aufwärtsbewegung und das macht, dann ist das jetzt nicht, ah, das Ende des Bullenmarkts, ab jetzt dann die, was weiß ich, wie viel 5.000 hoch, aber zumindest mal, dass wir irgendwie so eine etwas größere Gegenbewegung da mal zu erwarten haben. Das kann jederzeit passieren. Achtet da drauf. Nehmt das natürlich gerne mit, wenn der Markt sowas bietet. Aber dann muss er es auch bieten. Im Moment ist er da sehr, sehr zurückhaltend, was das angeht. Also ich habe noch nicht so richtig den Eindruck, dass die Marktteilnehmer hier Lust haben, massiv auf die Long-Seite zu wechseln. Das kann sich jederzeit ändern. Wie das aussieht, habe ich euch gerade eingezeichnet. Das ist beim Nasdaq natürlich sehr, sehr ähnlich. Gar keine Frage. Da haben wir ein Bild, das dem ziemlich genau entspricht. Nämlich, also von dieser Optik her nahezu 1 zu 1 identisch ist. Hier haben wir das ein bisschen anders von dieser Korrektur, aber da würde ich mich ebenfalls eigentlich nicht wundern, wenn wir korrekturmäßig auf 14.400, nochmal 14.200, 300, irgendwie sowas. Rotfalls auch nur 500, aber eben deutlich tiefer. Also locker nochmal knapp 1.000 Punkte. Wäre jetzt überhaupt gar kein Vergehen, da würde man im Zweifelsfall nachher sagen, naja gut, was hast du denn erwartet? Wenn er vorne eine Pause macht, macht er hinten auch mal eine. Also insofern, das wäre immer noch nach wie vor machbar. Alles, was wir hier in der Aufwärtsbewegung haben, ist, finde ich, absolut nicht überzeugend, um jetzt den bullischen Markt zu lobpreisen. Und was die Marktteilnehmer hier im Kleinen versuchen, muss ich euch nicht kommentieren nochmal, das ist das S&P 500 Modell. Wie sieht es beim Dow aus? Naja, also hier im 4-Stunden-Chart ist es nahezu identisch. Auch hier hätten wir so ein bisschen zumindest mal die Chance gehabt, dass der Kurs hier nochmal nach oben geht. Naja, gut, das hat er aber offensichtlich nicht wahrgenommen. Im Moment bewegt er sich massiv auf dem Weg nach unten. Und dementsprechend ist das Bild, die Erwartungshaltung nahezu die gleiche. Und hier nochmal der Hinweis. Ich habe den Eindruck, das ist jetzt hier im Tageschart nochmal. Ich mache es nochmal für diejenigen, die das nicht immer mitkriegen hier. Starker Anstieg, Korrektur. Gedachter, starker Anstieg. Aber spätestens mit diesem Rücksetzer ist das definitiv die Aufwärtsbewegung Korrektur. Und jetzt sind wir wieder stark abwärts. Relativ wackelig auf dem Weg nach oben. Und eine echte Chance, dass wir früher oder später nochmal in den nächsten Wochen, ein, zwei Monaten, naja, mal sehen. Vielleicht gibt es eine etwas spätere Jahresendrallye beim Dow. Wir werden sehen. Aber dass wir eine realistische Chance haben, hier nochmal nach unten zu kommen. Also dieses Bild, das gilt, vorsichtig. Es kann durchaus zwischendurch mal Longs geben. Ja, also das ist gar keine Frage. Ihr seht ja zwischendurch, es ist ja auch hier marschiert. Aber insgesamt ist das Bild halt einfach keine Einladung für die bullische Seite. Ich sehe es im Moment nicht. Man muss allerdings so ein bisschen darauf hoffen oder rechnen, also hoffen als Bulle, als Berufsbulle, wenn man jetzt sagt, naja, es muss ja immer nach oben gehen. Dann hat man natürlich hier so ein bisschen eine Zone, wo man mal hinguckt, wo man mal sagen kann, ja, guck mal, wenn er da jetzt irgendwie mal auf eine Unterstützung trifft, wäre ja schon mal ganz gut. Ja, aber ihr könnt euch ausmalen, was er hier machen muss, um mich zumindest für den bullischen Markt zu überzeugen. Das könnt ihr ganz anders sehen, aber für mich müsste er dann wieder steil hochgehen und zumindest wackelig nach unten, damit ich wieder sehe, nein, die letzte starke Bewegung ist aufwärts und die schwache Bewegung ist abwärts. Das ist aktuell noch überhaupt nicht zu sehen. Wenn ihr hier ranzoomt, was ist der starke Teil nach oben? Nichts, da ist gar nichts Starkes dabei. Aktuell. Also insofern, das ist vielleicht noch so ein Hoffnungsschimmer. Wer jetzt hier mal drauf guckt, für den heutigen Nachmittag müsste das irgendwo 34.600 beim Future sein. Wer auf den Index schaut, kann man mal gucken, wie es da aussieht. Da sind wir bei der Marke, nämlich eigentlich, da kommt schon der Gong, sind wir eigentlich schon durch. Also das ist jetzt beim Index das Ganze. Und da seht ihr, da ist die Index-Anhänger, die sind da durch dieses Problem quasi schon durch. Durch die Erwartungshaltung eigentlich, naja, kommt das gut sein, das wird dann nichts mehr. Die scheint relativ groß zu sein. Also wenig Hoffnung. Zumindest mal aus bullischer Sicht. Für uns aktivere Marktteilnehmer ist das ja jetzt kein Drama. Dann muss man eben auf der Short-Seite unterwegs sein. Gibt ja immer Short-Signale. Immer wieder, die man dazu handeln kann. Hier hatten wir jetzt heute eins, das ich euch geschickt hatte. Wer auf den Trade des Tages da gewartet hatte, das hatte ich zeitlich leider nicht mehr hingekriegt. Aber im Board for Trading hatte ich das Ganze ja gesendet. Also insofern habt ihr es ja gesehen. Und wenn ihr diesen Trade jetzt nicht gemacht habt, alle Anzeichen waren. Das haben wir in den letzten Tagen mehrfach besprochen. Eben für die Short-Seite. Also insofern gab es gute Anlässe davon auszugehen, dass der Kurs nach solchen starken Abwärtsbewegungen eben die Abwärtsseite weiterfährt. Denkt dran, kurze Pausen sind immer möglich. Sind auch gar nicht so unrealistisch. Aber wartet darauf, dass sie euch gezeigt werden. Zum Beispiel beim DAX. Da ist der DAX im 5-Minuten-Chart. Der Index jetzt in dem Fall. Könnt auch gleich im Future nochmal gucken. Diese Bewegung ist eine deutliche, starke Bewegung. Was ich jetzt brauche, ist entweder eine schwache Bewegung nach oben. Und die wird früher oder später kommen. Denn diese Bewegung ist schon einigermaßen weit gelaufen. Das heißt, früher oder später kommt das. Aber vorsichtig, das kommt nicht notwendigerweise jetzt sofort. Das kann auch noch erst weiterfallen und später erst passieren. Das Schöne ist, das muss ich nicht vorhersagen können. Bin ich schon Short, ziehe ich einfach meine Stops hinterher. Vielleicht nicht ganz so eng, nicht im 5-Minuten-Chart. Ihr seht, wenn ihr zum Beispiel einen super Trend oder Parabolic im 5-Minuten-Chart, dann wäre ich ja dauernd ausgestoppt. Das macht wenig Sinn. Ich wechsle mal auf den Future, dann ist es vielleicht ein bisschen Praxis näher. Der Index ist ja, wie er schon sagt, eben ein Index. Also wir haben, und dementsprechend ja nicht direkt handelbar. Aber wenn ihr den DAX-Feature jetzt hier angucken, dann sehen wir schon eine realistische Chance. Also wir hatten hier mal eine Pause. Hier haben wir jetzt eine größere Pause. Diese beiden sind stark voneinander getrennt. Also diese Fünffälligkeit, das sieht extrem danach aus. Vorsichtig, dieser Kursprung hatte mit dem Verfall zu tun. Wir denken dran. Ich hatte das letzte Woche ganz häufig gesprochen. Die Amerikaner stellen ja ihr Volumen eine Woche vorher schon um. Die Deutschen stellen erst quasi kurz vor Verfall den Kontrakt dann um auf den entsprechenden nächsten Monat. Jetzt ist das hier auch der Dezember-Kontrakt. Aber wir sehen, alles, was wir in der Abwärtsbewegung hier hatten, das ist ein Impuls. Ich mache es nochmal schematisch. Schub, Pause. Schub, Pause, Schub. So ungefähr sieht ein Impuls aus. Das Interessante ist, wenn es schon so aussieht, dann ist relativ realistisch, dass bald eine Pause kommt. Das ist so der halbwegs der Hoffnungsschimmer, den wir hier haben können, dass doch bald jetzt mal die Pause kommt. Wer sehr, sehr bullisch veranlagt ist, der hat quasi den letzten Funken Hoffnung. Vielleicht wird es ja nicht korrektiv, Rüdiger. Vielleicht wird es ja nicht. Es kann ja sein, dass es nicht korrektiv wird. Wir haben es ja häufiger miterlebt, dass wir steile auf steile Flanken haben. Vielleicht wird das ja erstmal eine richtig schöne steile Flanke. Und wenn es dann korrektiv runterkommt, ist das natürlich ein vorläufiges Longsignal, wobei ihr immer damit rechnen müsst. Diese Strecke orientiert sich längmäßig am vorderen Teil und nicht an den Wünschen DAX bei 20.000. Also wenn ihr hier vorne eine starke Bewegung habt, dann eine Korrektur in die Mitte ungefähr wieder zurück, dann ist die Erwartungshaltung, die Hoffnung, dass wir das Gleiche da hinten nochmal bekommen. Meine Vermutung im Zuge des Gesamtbildes ist es aber, dass wir korrektiv so halbwegs in die Mitte wieder hochlaufen. Profis würden das Ganze mit Fibonacci zeichnen. Höchster Punkt, das kann ich jetzt gar nicht hier zeichnen, wegen Magnetismus. Da machen wir das ein bisschen versetzt. Also höchster Punkt war hier oben. Ich muss ein bisschen rechts zeichnen. Da. Tiefster Punkt in meiner Fantasie. Ich weiß ja nicht, ob der Kurs hier dreht, aber kann ja sein, dass es noch tiefer geht, aber ungefähr da. Dann ein bisschen in die Mitte rein. Dieser Kringel müsste natürlich ein bisschen größer sein. Ihr kennt das. Ich male das ja häufig genug. Da rein. Wenn das korrektiv ist, dann nochmal die Fortsetzung nach unten. Also ich bin ganz hoffnungsschwanger, dass der DAX in Kürze nochmal den einen oder anderen Trade eben ermöglicht. Dafür sehe ich ganz gute Chancen. Im Moment würde meine Erwartungshaltung eher dafür sprechen, dass wir wackelig nach oben kommen. Oder eben A, B, C. Machen wir es einfach. A, B, C. Viele stören sich an dem Begriff. Wackelig klingt unprofessionell. Naja, nennt wie ihr es wollt. Ja, dass wir Hugo-mäßig nach oben kommen. Und anschließend, wenn er den Zwischentiefpunkt hier nochmal durchstößt, das, was wir hier haben, nochmal macht. Und dann sind wir so tief wieder an dem Punkt dran. Eigentlich sogar ja dann durch den Sprung sogar noch tiefer. Dass man davon ausgehen kann, was war nochmal der Plan beim DAX? Ach ja, Plan beim DAX war, wir haben da unten noch was abzufrühstücken. 15.400, 15.300, 15.200. Naja, vielleicht geht das jetzt dann so langsam aber sicher los. Wundern würde mich das ehrlich gesagt nicht. Ich würde euch nun wünschen, nicht würde, sondern werde euch nun wünschen, dass ihr aber das Beste aus der Marktsituation macht, dass ihr vielleicht mit dem, was ich euch vorgeschlagen oder vorgezeigt oder vorüberlegt habe, damit was anfangen könnt. Und dass ihr daraus die für euch sinnvollen Trails umsetzen könnt und dass das auch noch erfolgreich wird. Dafür meine allerbesten Wünsche euch alles Gute und ganz liebe Grüße.